Ich bin Bundesverkehrsminister Volker Wissing sehr dankbar, dass er jetzt für Klarheit gesorgt hat am Neckar. Die Stauwehre an den Staustufen müssen in den nächsten Jahren saniert und auch repariert werden. Das war schon länger bekannt. Die alte Bundesregierung hat da leider überhaupt nichts getan und jetzt ist erstmal wichtig, dass man die Betriebssicherheit am Neckar garantiert. Ist auch wichtig für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg, für Heilbronn, für Stuttgart, für viele andere Häfen, dass diese Betriebssicherheit garantiert ist. Und auf der anderen Seite ist es so, dass dann wie vertraglich ausgemacht zwischen Bund und Land auch die Neckarschleusen auf 135 Meter ausgebaut werden. Was in diesem Zusammenhang überhaupt nicht hilfreich ist, wenn der grüne Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Herr Herrmann, irgendwelche Informationen, vermeintliche Informationen, an die Presse durchsticht und dann so tut, als ob er da irgendwie in irgendeiner Weise ein Retter wäre. Das war überhaupt nicht hilfreich. Und auch weitere Äußerungen von anderen Abgeordneten, zum Beispiel den CDU-Abgeordneten Throm aus Heilbronn, waren genauso schädlich, weil sie nicht lösungsorientiert sind. Der, der sehr viel im Hintergrund getan hat, deswegen bin ich ihm da sehr dankbar, ist mein Kollege Nico Weinmann aus Heilbronn, der auch dazu beigetragen hat, dass wir jetzt diese tolle Lösung bekommen, dass wir jetzt Planungssicherheit haben. Es für alle aber auch klar ist, zuerst werden die Stauwehre saniert. Wir kriegen die Betriebssicherheit wieder hin und dann kümmern wir uns gemeinsam um den Ausbau der Neckarschleusen und stellen auch die Finanzierung sicher. Wir kriegen die Betriebssicherheit wieder hin. Wir kriegen die Betriebssicherheit wieder hin. Wir kriegen die Betriebssicherheit wieder hin. Wir kriegen die Betriebssicherheit wieder hin.